Ich habe mich verlaufen. Ich habe mich verlaufen. Ich habe mich verlaufen. Aber nicht weit. Ich habe mich verlaufen. Nicht weit. Nee, hier waren wir vorher schon mal. Ich weiß nicht mehr, ob ich von links oder von rechts komme. Ich weiß es auch nicht. Ah, ich habe es gefunden. Ich auch. Mein Griff ist mit... Silberl hat sich auch mal drin. Mein Kraft ist mir zu gruselig. Jetzt kommst du wieder, oder? Da, woher? Woher, Alter? Sie riecht nur schon von 10 Meter Entfernung. Ich habe dich das mal nicht gestern. Scheiße, ich habe noch gehört. Also, ich komme auf jeden Fall von hier. Also, von da rechts. Also, gehen wir mal der Sache auf den Grund, was? Warte auf mich. Oh, ich muss kurz draußen machen. Ich muss kurz essen. Von hier unten bestimmt nicht. Ich denke mal eher von da hinten. Wenn dann. Wenn dann. Oder? Da ist eine Lore. Schon wieder. Nochmal. Boah, geil Brot, Alter. Boah. Das war es auch schon. Jetzt ist Ruhe. Wieder. Da hinten sind sie. Da kommen sie wieder. Von da hinten kommen sie. Da standen wir ja auch auf dem Spawner. Da hinten. Da hinten. Von da hinten kommen sie jetzt. Aber warum von da hinten? Warte, noch weniger. Von da unten, oder was? Hä? Ich check's keinen Meter, wo die herkommen. Hau da. Halt mal Wache. Halt mal Wache. Okay, das war es auch schon. Lassen wir die Kohle mal da unten. Lassen wir mal Kohle, Kohle sein. Ich glaube, da waren wir gerade richtig, weil da war es ziemlich laut, oder? Jetzt ist es wieder ruhig. Ja, jetzt ist Ruhe. Jetzt ist es doch da unten. Ja, ich höre. Ich höre. Ich protekte. Aha. So. Woher kommt ihr jetzt? Alle her? Der eine kam mir grad von unten links. Sexuell gesehen. Johnny. Echt? Hier ist es wieder. Bin wo, wo kunst es wieder. Warte. Oh oh. Hallo! Ich lau von oben mit drauf. Du weißt doch gar nicht, wenn ich nicht tö... Ah, doch. Ich dachte, komm mal runter hier. Bin ich doch. Guck mal die Gleise ab. Mach dies, mach das. Übel. Kämpf gegen Zombies. Rupp die Gleise ab. So. Da hinten dicht machen geschwind. Jetzt ist es schon wieder Ruhe. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Aber da spawnt die echt so komisch gerade. Ne? Keine Ahnung. Kann ich dir nicht sagen, mein Freund. So. Jetzt habe ich gerade nur das kleine... Ja. Von hier oben. JAH. Ja super. Auch die Fackel drauf. Mach mal eine hin. Wawawawaw. Wui. Die kommen von hier unten aus dem Loch da. Ohle? Ne das nix. Weiß nix. Komisch. Ja echt? Von so weit weg können sie doch gar nicht herkommen. Wir folgen uns durch die ganze Höhle. Ja, ich möge dich hier. Ja. Ja. Da machen wir die Gleise hier wieder und da aber nicht. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ich bin Markus und bin ein bisschen dumm. Aha. Ich höre, woher kommt ihr? Mach die Gleise ab. Scheiß auf die Zombies. Gleise ist wichtiger als daneben. Hallo, mein Freund und Helfer. Ich hänge an der Spinne. Scheiße. Ist gut. Ah, fuck. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Bin ich protected. Nicht einen alten Scheiß. Sagst du. Bei der Leine umgeknibbelt. Die kamen diesmal von da. Aber ich glaube, die ist mir. Das brauchen wir. Ich glaube auch, dass er so in Dunkelheit ist. Ja. Btw-Dunkelheit. Wollte ich mal... Hallo? Hallo? Bist du da wer? Glaube ich hab... Wo bist du? Aber ich bin grad woanders. Komm mal wieder her. Geht grad nicht. Warum nicht? Weil ich gerade hab. Jetzt geht's. Hallo. Hi. Hör mal hier weiter, hm? Ja. Oh. In der dunklen Höhle. Wo ist hier los, hey? Vergisst du die Gleisen oder siehst du die einfach nicht mehr in dem Texturpach? Nein, ich guck aber erstmal, ob irgendjemand hier rumsiegt. Nirgends. Ich hör nix. Ist alles ruhig. So. So. Und... Das da weg. Bist du bei der Lava? Bin ich bei der Lava, die gleich nicht mehr da ist. Und da nicht dunkel. Dann dunkel. Ich hab da schon ne Focke hingetan, weil ich... Der macht ja alles doppelt. Aua. 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 Au. 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 Alter, hätte ich jetzt nicht auf Friedlich gestellt, wäre ich gestorben. Echt? Ohne Spaß. Ich hatte nur noch ein halbes Herz. Oh Gott. Es war knapp. Sorry, aber das musste sein, Alter, sonst wäre ich so kaputt gewesen. Hier ist nix mehr. Vera Knaller hat gestorben. Alter, ich muss aufpassen. Lava tut ziemlich scheiße weh. Auch wenn es nur einmal so ein bisschen ist. Ich hänge im Spinnen jetzt. Ist mir egal. Mann und Frau können zurückbleiben. Benjas und Jarmins zuerst. Ja, richtig. Ach, was tut das? Hallo? Hallo? Das ist in der Ruhe in der Bude hier, wa? Hier geht's, glaube ich, wieder raus. Ja, hier geht's raus, genau. Also, ja, ich meine, nicht mehr in der Mine. Hä? Ich dachte gerade, dumm Kopf, Alter. Habt ihr auf die Füße gehackt. Hör doch mal auf, Alter, ich bin gleich tot. Das weißt du schon. Na, ess was. Habe ich voll vergessen. So. Muss mich trotzdem noch regenerieren. Ja. Hab vergessen zu essen. Ja. Kann vorkommen. Weil ich dumm bin, hab ich vergessen zu essen. Bin ein bisschen dumm. Wohin gehen wir dann? Rechts, links? Oben. Ah, da geht's eh nirgends hin. Nee, Sackgasse. Da müssen wir hier lang. Oh, Markus. Was ist los? Was ist los? Was ist los? Ich bin nicht, was ist los? Ich bin Markus, was ist los? Ich leppe Nudeln, hab ich. Oh, Alter, es wird eine lange, 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 lange. Lange, 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 lange. Jetzt drehe ich mich dreimal im Kreis. Hä? Da geht's raus. Nach ruhig. Nach ruhig, Blatt. Ist da Ausgang? Da ist Ausgang. Oh. Da geht hoch? Ja, mir geht lang. Da geht hoch, da geht lang. Oh, guck mal, Zeitlupe. Wie eine Matrix. Wie sie spinnen jetzt hasse, ey. Letzte Käse. Das geht gar nicht. So, wo waren denn noch nicht? Da unten. Upp. Autsch. Ich soll das auch lassen, ne? Ich rede davon, du machst weiter. Was ist eigentlich, wenn ich... Zack. Was ist eigentlich, wenn ich... Ey, hier ist alles tot. Zugeschüttet. So. Ich guck mal, ob keiner guckt. So. So. Wo macht's denn? Weiß ich nicht. Hinter dir. Alter, immer hinter mir. Immer. Die wollen nicht immer von hinten. Die Schweine. Voll fies. Da entlang, da entlang. Da sind Gleise hier und da entlang. Hä, ist hier Urotaris nicht? Hä? Ja, bestimmt. Bei minus 23. Ja, weil hier meine Shader durchkommen. Ja, ist bei mir aber auch. Ist ja komisch. Ich sehe die auch. Naja, naja. Komm, die Shader damit nicht so klar, hä? Naja. So. 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 Äh, hier waren wir ja schon. Waren wir hier überall. Ach, ist ja nett. Hier geht's lang. Ja, hier ist wieder unser... Hier ist unser Lager. Echt? Ja, kann ich ja gleich mal ein paar Sachen abliefern. Gott, ist ja nett. Hm. Dann mach ich hier mal die Tür wieder dicht. Mach ich das doch noch kurz gerade? Gerade seine Sachen, da übrigens auch ganz so Stargate-Control-Gedönse und sowas. Stargate-Control-Gedönse. Ja. Siehst du, ich mein Stargate-Control-Gedönse. Na, ich hab schon... Was? Wie viele Schienen? Ich schau mal, guck mal, guck mal in die Truhe. Ja, ist doch nett. Affengeil. Äh. Ey, schon wieder? Das ist doch nicht mehr normal. Zum Glück hab ich's Lager zugemacht, hä? Übel. Weiter geht's. So. Links war noch so ein bisschen Gang, hab ich irgendwie entdeckt. Hier. Da hinten, ja. Waren wir da schon? Nee, oder? Nee, ich glaub nicht. Sieht so hell aus. Doch, da waren wir schon irgendwie. Tja, da entlangt man. Guck mal, ob wir auch wirklich alles ausgeleuchtet haben, oder? Ah, hier ist unser... Ah, okay. Ja, ich weiß, was wir sind. Ja. Ah, ja. Ah, ja. Jetzt geht's hier entlang. Komm. Ja. Jetzt geht's in die... Jetzt wird's Action reicher. Ja, ich muss hier zwei aufmachen, weil sonst haben wir keinen Platz. Du rechts, ich links. Und wir bleiben hier oben stehen. So gut wie... Oder auch nicht. So war das easy. Ja, alles easy. Da rechts ist gleich ein Creeper, das ist bewusst. Wo ist sie rein? Ja, geh halt runter, dann... Dann siehst du es. Ah, jetzt kommt er. Hallo Ingeburg. Hau drauf, hau drauf. Von wegen, hau drauf, Alter. Vergib mir doch nicht mit Creepernum. Du machst wieder gar nichts, du stehst los rum. Ich bin auch der Chef, du musst mich protekten. Aha, 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 aha. Wer haben wir, die Übeltäte? Jetzt wissen wir, wo sie herkommen. Von da hinten. Übel. Oha, er haut mich von hinten. Aber wenn du mich da runterschmeißt, du hässliche Sackmade, dann sitzt du aber auf den Sack. Was gibt's mir hier hinten zu interessantes Dachauker, da nachher? Uah! Au! Au! Alter, alter! Hat er die runtergeschmissen, oder was? Nicht nur das. Au! Alter, ich kriege... Alter, weißt du, ich fliege runter, ob ein Creeper explodiert hat. Alter, nochmal ein Creeper, scheiße. Wo denn? Ich bin ganz unten. Ja, warte, ich komm, ich helfe dir. Jetzt, hau drauf, hau drauf. Alter. Gut, zwei Kloppen, geht da hinter uns. Was ist da los jetzt? Ist das jetzt auch mal gut? Nee, ich glaub, ich glaub, ich glaub, ich glaub, ich bin nett. Ich glaub, da hinten ist ein Spawner. Wetten? Wetten, da ist irgendwo einer. Bis zum Nachricht runter, da ist voll viel Scheiße da unten. Äh. Oh, ist da jemand an der Trinken? Oh, du arme Sau. Der ist ertrunken. Aber hier geht's auch mit Material. Ja, ich weiß, das machen wir nachher. Erstmal den Spawner finden, falls seiner ist. Kommt mir irgendwie so vor, als wäre einer. Ob zumindest alles mal... Pass auf, kleine Wichser. Oh, kleine Missgeburt. Oh, Alter. Und da kommen sie, die Schweine. Ja, da ist ein Lassentanschluss, so wie es aussieht. Oder? Nee, doch nicht. Vielleicht kann ich nicht irgendwo aus dem Nichts kommen, die ganze Tag. Oh! Oh! Ich würde echt gerne mitkämpfen, aber das geht nicht. Warum? Jetzt hau ich dich. Achso. Ja, ja, ist schon okay. Schau mal da. Aha. Du musstest schon früh ausstehen, wenn ich... Hier auf den Kopf. Auf den Kopf kriegst du. Der jetzt abhaut. Oh! Der schießt dir in den Kopf. Ah, da hinten kommt auch noch ein Zombie an, so wie sie es sieht. Ja, da unten sind zwei Skelette und ein Creeper, soll ich sagen. Da war so noch einer. Ja, da ist er noch ein Creeper-Ein-Ding irgendwie. Creeper? Creepy? Creeper, Creeper, Creep einmal. Ich habe eine Überraschung für dich, ich komme ein Block weiter nach unten. Oh, hinter dir kommt noch ein Skelett. Geh weg! Oh! Oh, das war mein Hintern. Oh! Da hat der Freund den After geschossen. Oh, ich kann das. Alter. Du bist in den After geschossen. Oh, ich bin runtergefallen. Du bist in den After geschossen. Oh! Oh! Bitte nicht sterben! Bitte nicht sterben! Bitte nicht sterben! Oh! Nicht sterben! Nicht sterben! Nicht sterben! Nicht sterben! Nicht, 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 nicht! Alter! Alter! Ich hau hier ab. Alter, nee, bleib da! Ja, ich bleib da, aber... Alter, meine Sachen. Ich muss mich jetzt... Alter, ich... Ich, ich... Sorry, aber ich muss jetzt cheaten. Alter! Alter, was war das denn bitte? Ey, du musst mich jetzt voll protecten. Ich muss meine Sachen, die muss ich holen, ne? Die sind da unten. Die muss ich holen. Ja, super! Das ist wichtig. Ja, beste Idee. Ja, mach mal alle tot. Protecte mich. Leg alles mit Fackeln aus und sowas. Ey, ich muss mir erst mal regenerieren gehen. Ich bin voll im Arsch. Echt? Gib mir ein Schwert und ich kämpfe. Ich kämpfe. So. Hol dir dein Zeug. Schnell. Oh, jetzt hab ich irgendwas von dir. Aber ist egal, das geb ich dir gleich. Ja, aufgeschissen. Nee, du, ich hab deine Rüstung, weißt du? Ja, ich hab Helm und Bein. Nee, Brust hab ich. Alter. Alter, das war ja super! Hast du deine Brust? Hast du? Meine Wurst? Ich hab dir die gerade da hingeschmissen. Meine Rüstung? Ja. Ja, bloß Füße sind, glaub ich, kaputt gegangen. Alter. Füße hab ich auch nicht. Ich hab's auch von hinten und von vorne gekriegt, alter. Und den Creeper noch dazu. Boah, voll mit. Ich glaub, der Creeper hat die meiste Arbeit hier unten geleistet. Wiebel. Was ist denn jetzt eigentlich los mit den Scheiß-Dumbits? Ich hab kein Schwert. Ich hab kein Schwert. Ich hab noch eins. Da hinten liegt mein Schwert, glaub ich, wie sowas aussieht. Hier ist nochmal eins, wenn du willst. Da, wie lässt man das? So, ich bin da, da, ab geht's. Alter. Ich riech diese Monster hier liebe. Da sitzt noch einer rum. Ja, bald nicht mehr. Komm. Komm, Handelore. Ich geh nicht. Ich hab grad noch sowas der Hölle hier rausgeschafft hab, ey. So, jetzt müssen wir noch mal. Ja, ich weiß, ich hab's gesehen. Du bist doch schnell den Wasserfall hoch. Creeper, Creeper. Bleib weg. Aber hier im Wasser kann ja nix passieren. Doch. Ja, aber. Hau drauf, hau drauf. Hier hängt uns rum. Ich hab ein paar Kübeln mal. Ah, Opfer. Oh, bist du behindert? Scheiß Sträufung, Alter. Auf einmal ging's voll vorwärts. Alter. Jetzt muss ich aber auch. Alter, helf mir. Was, was? Das ist ein bisschen Zombie. Ja, aber trotzdem. Ich muss was essen, sonst sterb ich hier gleich. Alter. Ich hab noch zwei Herz. Was ist hier denn wieder für scheiße los? Ich hab zwei. Uh, was? Alter, irgendwie. Aua. Irgendwie ist die Kampf, äh, die Kacke an Dampfen, kann das sein? Leck, guck, guck. So, bekomm ich meine Sachen in die Dore. Komm, schon wieder eine Ange- Nochmal einer. Ey, das gibt's doch jetzt nicht, oder? Zwei Stück, ich hab's, mein Schwert, ja, es sind immer zwei. Das ist nur ein Doppelpack, oder? Ja, das ist irgendwo, äh, Spawner wahrscheinlich. Oh, so rennt der mir in meine. Und dann heulst du rum, mich hau dich immer. Ja, tust du sowieso, uns denn. Gut, dass du eine Karotte trafst. Ich gehst wieder nach oben. Ich auch. Dann bock mir hier, äzt mich voll an. So, Luft ist rein. Müssen den, müssen den, weißt du was auch immer, müssen hier alles ausleuchten, oder so. Ich weiß jetzt nicht, was man... Was willst du denn hier noch mehr ausleuchten? Das leuchtet doch schon alles. Nee, eben nicht. So, aber wir gehen jetzt nach unten. Es scheint hier Ruhe zu sein, jetzt gehen wir ganz nach unten. Wo war denn das? Weißt du, was ich mein, so... Scheint ja Ruhe zu sein. Schon ruhig. Schon knusselig. Aber hier war's nicht. Alles bloß, weil du Schafsäckel hier runtergefallen bist. Hä? Alles bloß, weil du Dackel hier runter... War's eigentlich da unten? War das da? Ja. Ja. Skelett. Äh, aua. Au! Das war ein Kopfschuss, du... Mongo. Alter. Ist aber Ruhe hier. Übel. Nee, hier spornt noch was. Mal hier zumauern, damit sie nicht mehr reinrammeln können. Ich bin gerade wo ganz anders, glaube ich. Nee, ich seh dich doch, bin doch bei dir. Okay, ich wollte aber eigentlich ja nach unten, ne? Jetzt seh ich dich nicht mehr. Ich hör's klappern. Ja, ich hör's auch klappern. Aber hier geh mal... Ooooooh! Boah!